halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu die säulen der erde buch 2 kapitel 12 so die bogenschützen was gibt es für problemen stefan will sich das schloss ansehen ohne von fallen getroffen zu werden fragen wir mal er wüsste keine antwort fragen wir mal hier fragen wir mal hier was glaubt ihr ist der sicherste weg sich einem bogenschützen zu stellen überlegt ihr mit uns in die schlacht zu ziehen da wird einer von uns endlich schon gut schild natürlich mit dem schild ein schild könnte sicher einen pfeil aufhalten ein schild dürfte verfallen schützen ihr könntet einen schild nehmen um euch zu schützen ein gut gezielter pfeil kann einen schild durchbohren sogar einen helf warum tragen dann all diese männer helme als glücksbringer okay schild war noch kein idee sie bieten bereits aber ich zweifle ob das die lösung ist nach der sucht zu pferde würde stefan wohl ein noch besseres ziel abgeben können wir den ritter nicht fragen die ratgeber des königs glauben es wäre gefährlich für ihn hier im sichtfeld der bogenschützen zu stehen sie haben recht ach ja macht euch keine sorgen sie werden ihre pfeile nicht an mönche und bauern verschwenden aber der könig wäre sicher ein verlockendes ziel es würde den krieg im handumdrehen beenden ich würde auch nicht zögern den bastard von gloster zu erschießen schützen werden nicht auf bauern schießen oder die die so aussehen das könnte allerdings eine idee sein dass der könig sich verkleidet wenn ihr euch wie ein armer mann kleiden würdet nicht wie ein könig oder soldat werden die bogenschützen vielleicht nicht schießen das ist höchst unangemessen philip von gwyneth das stimmt aber er hat recht robert ist ein bastard aber seine männer sind nicht ohne ehre wer seid ihr noch gleich mensch warum seid ihr hier ich bin der prior von kingsbridge ah natürlich der prior von kingsbridge ich bin gekommen um euch um hilfe zu bitten was kann wichtig genug sein um den könig zu solch einer zeit zu stören robert von gloster wird in zwei tagen angreifen wollen wir sehen ob er es ernst meint zieht eure kutte aus pria von kingsbridge was wir tun es geniert euch nicht es war schließlich eure idee das stimmt rheinland 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 den ganzen tag unruhig warum frage ich mich es ist so eine simple mauer und doch könnte sich rheinland von chester mit all diesen männern noch einen weiteren monat dahinter verkriechen aber warum dann diese ganzen bogenschützen sie wären drinnen sicher sie brauchen nicht da oben zu stehen spricht die markt genehmigung an ich habe alles getan was ihr von mir wolltet jetzt hört mir bitte zu ich höre mensch lasst mich raten ihr seid hier wegen eures illegalen marktes das geld wurde nur für die kathedrale verwendet die einnahmen wurden nur für die kathedrale verwendet ich wusste nicht dass wir eine genehmigung braucht der markt wurde auf kirchengrund abgehalten die kirche steht nicht über dem gesetz dies ist nicht das heilige römische reich nein natürlich nicht euer markt ist illegal ich habe william in seiner entscheidung unterstützt euch zu bestrafen denn der markt zahlte ja nicht nur für die kathedrale er zahlte auch für die kinder des verräters bartholomeus ich fühle mich für sie verantwortlich aber alena und richard sind keine verräter aber alena und richard sind keine verräter ihr habt es selbst gesagt ihr habt gesagt sie seien frei ich erinnere mich an meine worte mensch aber der graf von shairing sagte mir dass ein ritter in meinem gefolge mich zu überzeugen versuchen wird meine loyalitäten zu überdenken dazu kann ich nichts sagen william hamley und bischof walleran sagten ihr wird gerissen jetzt weiß ich warum herr ihr dürft ihnen nicht trauen hört gut zu ihr werdet keine markt genehmigung erhalten und bartholomeus kinder werden hängen wenn sie gegen meinen grafen von shairing vorgehen habt ihr verstanden ich verstehe natürlich deshalb sind die ganzen bogenschützen da oben robert von gloster greift nicht in zwei tagen an er greift heute an zu den waffen es ist ein hinterhalt nehmt nicht das vordertor sie wussten das würde uns rauslocken ich brauche mein pferd ähm als stefan und seine männer dem feindlichen heer entgegenzogen drängte mich bischof henry mit ihm den kirchturm zu besteigen seine sorgen hatten ihn unseren streit vergessen lassen ich war noch nie so hoch oben gewesen betet mit mir philipp betet dass stefan siegt damit dieser krieg enden kann ich schloss die augen bete für den frieden bete für stefans sieg bete für stefans niederlage ich bitte für stefans niederlage es war ein fehler das stefan verlieren ja in meiner verzweiflung stellte ich kingsbridge über das leben des königs und seiner männer und dabei wurde mir klar dass ich seit dem traum in dem meine eltern wieder gestorben waren nicht mehr gebetet hatte würde gott meine gebete wieder nicht hören wie in jenem traum ich bat den herrn mich zu erhören mir zu zeigen dass er da war philip seht ich war zu weit weg um zu verstehen was da vor der stadt geschah roberts männer sie gewinnen stefan ist verloren ich hatte das gefühl dass sich alles um mich drehte ich hatte angst zu fallen ich schloss die augen und dann sei was sie brechen das kirchentor ein scheiße haben wir das jetzt mit dem gebet entschieden oder wäre es sowieso so gekommen was ist nein das wesen das kann doch nicht sein das kann es nicht geben das ist ein ritter nur und dann wusste ich dass wir es waren wir allein da ist kein teufel uns zu schaden kein gott uns zu erretten wir allein alle richtig hm philip blieb für zwei wochen verschwunden wir wussten nicht was mit ihm geschehen war später in kingsbridge aber wenn ich ehrlich bin aber wenn ich ehrlich bin haben wir damals ganz andere sachen im sinn ehrlich und ich no bist du sicher dass wir allein sind hier gibt es nur dich und mich oh so süß sieh doch nur sag ich doch ich hoffe philip und richard geht es gut ich auch sag jack hast du unser buch gelesen was ist mit dir wie fandest du es was ist mit dir ich finde wir sollten das unbedingt tun du sagst du sagst du sagst oh philip ist schuld wenn all dies zugrunde geht weil er einen illegalen markt durchgeführt hat trägt er alleine die verantwortung ich habe vertrauen in ihn und das solltest du auch wer sonst könnte kingsbridge retten wenn nicht er erinnerst du dich noch an den text naja was ist denn mit dir ja rezitiere zitiere obit amoris vor mir stand er das gewand am boden sein vollkommener körper bot sich mir da ging es da nicht um eine frau oh da habe ich wohl was verwechselt womit bin mir nicht sicher nein ihre schultern und arme die ich erblickt und berührte und ihre liebliche brust hielt ich in bebender hand an den teil erinnere ich mich wirklich ja schlank anschloss sich sein leib an die schwellende brust hüften hüften reizend gewölbt ein vollkommener hintern das hast du dir jetzt ausgedacht und wenn gefällt dir meine fassung nicht oh doch sehr oh oh das ist so süß aber was sage ich noch nichts unvollkommenes sah ich und so schloss ich sie nackt fest an die brust ja ich liebe dich ich dich auch auf immer und ewig das ist so schön ich muss heulen nein hast du etwas gehört nein so süß wir sind allein jack du und ich wir sind es nur wir nur wir hey prio philip der lebt Mensch wie kommt denn das jetzt zustande ach nein die sind beide gefangen oh no was ist los ey mhm ja so ist es besser lass sie nie schwäche sehen steh aufrecht was wollen sie denn mit ihm er ist doch nur ein Mönch was ist mit ranulfs leuten die sind wahrscheinlich froh endlich aus der burg raus zu sein jetzt sind sie wahrscheinlich auf der suche nach frauen und wein wie viele sind gestorben was wie viele menschen sind in der schlacht gestorben zu viele auch mein pferd ist drauf gegangen aber robert ist kein tier das muss man ihm lassen sonst wären wir nicht hier Richard ihr solltet keine aufmerksamkeit auf euch lenken nicht wenn ihr in einem käfig steckt außer ihr seid der könig warum bin ich hier drin ihr gehört zu uns oder nicht ich habe für eure niederlage gebetet boah das hätte er jetzt nicht sagen sollen ich kann es euch nicht verdenken und es scheint als hättet ihr gott auf eurer seite gott ist nicht schuld an diesem wahnsinn sondern wir menschen ihr hattet recht mit william hamley sobald die schlacht sich gegen uns wendete wechselten er und seine männer die seite der graf von scheirin kämpft jetzt für mathilde und robert ach nee william hamley kämpft nur für sich selbst und für bischof er ist hier drüben danke frances frances und phil natürlich du bist mit graf robert deinem herrn gekommen ja als ich von bischof henry hörte dass du in lincoln seist fing ich an dich zu suchen er dachte du wäre es tot noch nicht es ist gut dich zu sehen henry sagte du seist wegen einer markt genehmigung gekommen ja ich glaube ich kenne jemanden der da helfen könnte ich sorge dafür dass man dich freilässt und dann gehen wir nach winchester das wird nicht lange dauern was ist mit euch meine getreuen sind bald wieder am zug das spiel ist noch nicht aus ja das sehe ich aber anders wenn ihr das leben der unschuldigen schonen wollt dann müsst ihr aufgeben niemals das ist das einzige was ich nicht kann dann gibt es wirklich keine hoffnung dies ist also euer bruder kaiserin mathilde ich habe viel von euch gehört prior euer bruder unterstützt unsere familie seit vielen jahren und wir vergessen diejenigen nicht die uns treu sind hiermit gewähre ich kingsbridge die gleichen marktrechte wie shiring die gleichen rechte die gleichen wow ich danke euch königin ich danke euch die blutlinie ist wieder hergestellt bald wird mein sohn seinen rechtmäßigen platz hier auf dem thron einnehmen alles wird sein wie es war ich werde ein gerechter könig sein wie mein großvater heinrich der friede wird nach england zurückkehren wünscht ihr uns sonst noch etwas zu sagen prior was ich danke euch königin habe ich nicht rechtzeitig gedrückt markterlass 1141 nach der schlacht von linken wurde kingsbridge marktrechte von der englischen krone gewährt dieser erlaubnis stellt kingsbridge dieselben rechte wie shiring aus endlich kann philipp wieder handel treiben lassen doch nun darf er zusätzlich einen wollmarkt stellen dies ist eine bedeutende gelegenheit für die stadt und ihre bewohner da die wollhändler mit den bedingungen des wollmarktes in shiring mehr als unzufrieden sind die priori die menschen von kingsbridge und die wollhändler wie all jener werden hier von in hohem maß profitieren so was haben wir getan Timothy wurde eingeschüchtert Wolloran glaubt er habe tom getötet du hast von deinen eltern aljena und richard geträumt du hast den ängstlichen soldaten davon abgeraten zu fliehen der könig befahl dir dich auszuziehen und dein leben zu riskieren dank francis hat kaiserin mathilde dir eine marktlizenz erteilt nach dem schrecken der dir wieder fuhr bist du vom glauben abgefallen Kapitel 13 der wollmarkt ein paar wochen später das geht irgendwie gerade sehr schnell immer ich weiß nicht warum weil ich bin das nicht in den letzten zwei tagen des wollmarkts haben wir mehr geld eingenommen als bei den letzten drei märkten vorher zusammen naja aber wie können wir sicher sein dass der graf von shiring unseren markt nicht wieder schließt er hat dafür keine möglichkeit mehr das gesetz schützt uns nur gott hält seine hand über uns das ist wahr unsere zeit der angst ist endlich vorbei es wird nie vorbei sein was hast du gesagt philipp nichts die musik ist zu laut unser prior hat recht dieses schauspiel da draußen ist unwürdig für ein kloster der markt ist bald vorbei und dann wird kingsbridge endlich finanziell unabhängig sein hat kommt nichts zu sagen der kantor hier er ist der der da sorry das ist derjenige dieser kantor den der grong spricht wenn ich dir jetzt anspreche hört ihr passt auf ja ich weiß jetzt nicht ob er kommt jetzt zum gespräch ach er sagt gar nichts auf jeden fall der typ hier den da hat der rock ronk eine sprechrolle für gekriegt so ich denke mal er will mit philip reden philip ja ihr seid zurück wie sieht's aus im steinbruch alles in ordnung wir werden dort keine probleme mehr haben warum habt ihr mich um ein gespräch gebeten es geht um jack er hat sich wieder mit alfred gestritten seid ihr zu einer entscheidung gekommen was meinen vorschlag betrifft was nein ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher ja jack kann schon lesen und schreiben und es gibt viel mehr was wir ihn hier lehren können was sagt seine mutter dazu ellen redet nicht mit mir deswegen sie glaubt dass ich alfred vorziehe aber alfred ist handwerksmeister ich habe ihn ausgebildet seit er sechs war jack ist nur ein lehrling und mit den beiden kann es nicht so weiter gehen nein das ist wahr er würde nicht mehr an der kathedrale arbeiten aber er könnte in kingsbridge bleiben das stimmt ich habe keine wahl ich will das beste für meine kinder für sie alle natürlich reden wir also mit jack der wird euch was husten so wie ich gerade philip hat angeboten mit jack zu helfen wir können so nicht weiter machen ach das kommt doch jetzt gleich bestimmt alles raus fragen wir mal die anderen ich sollte stattdessen besser jack suchen achso ok gut tom wartet auf mich philip etwas liegt dir doch auf der seele oder philip du hast kathbert und mir einst gesagt wenn du prior würdest würdest du die schulden der priorei bekämpfen erinnerst du dich es war der tag als der kleine jonathan zu uns kam ja ich erinnere mich er war so winzig du hast erreicht was du dir vorgenommen hast und so viel mehr wenn nur kathbert noch leben würde um das zu sehen melius wir hatten keine zeit zum reden seit ich zurückgekehrt bin zeit war da aber du bist mir ausgewichen ich habe ein schlechtes gefühl bei all dem hier warum jetzt ist doch alles gut es fing an noch bevor ich meinen bruder in winchester verlassen habe aber er ist immer noch inmitten des chaos da draußen ich habe angst um ihn um uns alle aber das ist nicht alles nein ich fürchte ich habe meinen glauben verloren lass uns reden später so wie früher ja natürlich das werden wir kommst du nicht mit remigius ich habe dringendes zu erledigen vater nun gut und was für eine überraschung ist das nun ich glaube du wirst begeistert sein ihr beide du machst mich neugierig wann können wir es sehen es sollte heute nachmittag fertig sein komm mit jonathan wir wollen uns den bären anschauen ja bitte viel spaß jungs weißt du was er im schilde führt ich habe keine ahnung vater jack hat werkzeug vom bau mitgenommen ich weiß nicht was er damit vorhat aber ich weiß dass er es geklaut hat ihr beide werdet euch in zukunft nicht mehr streiten können philip wird dafür sorgen aber jack ist nicht der einzige der daran schuld ist hm Martha und all jena ja hast du jack gesehen er ist mit jonathan gegangen um den bärenkampf zu sehen mit jonathan das ist viel zu gefährlich was denkt er sich ach 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 billiger als in shivering oh übrigens ich habe von richard gehört geht es ihm gut in der nachricht stand nichts davon aber ich nehme an wieso er schreibt ich soll ihm ein neues pferd kaufen Das ist scheiße. Weil Menschen gescheuert sind. Das ist grausam. Können wir was dagegen sagen, ey? Jonathan, komm her. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Es ist gefährlich. Ich mache immer etwas falsch. Ganz gleich, was ich tue. Wenn Alfred ihn hergebracht hätte, dann hättest du kein Problem damit gehabt. Doch, hätte ich. Vielleicht ist es besser, wenn Jonathan und du gehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ach, wirklich? Die Welt ist ungerecht. Wir sind wie diese armen Tiere gezwungen, einander an die Kühle zu gehen. Es ist ein Spiel, das sie uns aufzwingen. Wer? Tom? Nein. Die Könige und Kaiserinnen. Selbst der Bischof. Tom und wir alle leben in einer ungerechten Welt, in der wir gezwungen sind, ungerechte Entscheidungen zu treffen. Wieder und wieder. Und wir wissen noch nicht einmal, dass wir ihr Spiel spielen. Du hast jedes Recht, zornig zu sein. Aber es gibt einen Weg, diesen Käfig zu entfliehen. Vielleicht nicht um Gottes Willen, aber um der Menschenwillen. Was meinst du damit? Ich möchte, dass du Mönch wirst. Gott. Bleib stehen. Du sollst doch nicht einfach alleine auf der Baustelle herumlaufen. Der kleine Hihihi. So, ich muss jetzt Schluss machen. Es war ziemlich graus, aber ich hasse solche Kämpfe. Also was zu sehen. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.